Ich brauche die Anstrengung, ich brauche die Herausforderung. Vor sechs Monaten hätte ich aufgeben. Ich hätte es nie machen können, ich wäre auch mental dazu nicht in der Lage gewesen. Die Mäßigung im Essen, das hat die nie und das hat dann halt auch später zu meinen 107 Kilo geführt. Aus dem heraus habe ich mich halt dann verändert und ich habe innerhalb von drei Monaten einfach 30 Kilo. Ich bin von 107 auf 80 runter. Um zu verstehen, muss man zuhören. Jetzt auf Generali.at mehr zum Thema Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017